Привет! Mein Name ist Maria Becker. Das war Russisch. Mein Name ist Maria Becker und ich kümmere mich sehr gerne um meine Katzen zu Hause. Die sind wie meine Babys, kann man sagen. Und ich habe neue Hobbys dazugelernt wie Ballett, Modern Dance und tanze sehr gerne. Es ist so ein Gefühl für mich von Freiheit. Ich kann den ganzen Stress vom Alltag loswerden beim Tanzen.